hallo und herzlich willkommen bei einer speziellen weiteren halloween grusel folge von stadtfilmabend und zwar habe ich es geschafft die mods so anzuordnen dass wir weiter spielen können und zwar habe ich irgendwie durch ein bisschen hin und her gelade habe ich es hinbekommen dass diese neuen grusel werkstoffe hier anerkannt werden als werkstoffe aus denen man sachen bauen kann das heißt wir können jetzt daraus auch wände bauen und das heißt wir können diese ganzen lustigen augenbäume abholzen und uns daraus häuser bauen oder zäune zaun ist glaube ich eine gute idee wenn hier so viecher rumlaufen die die ganzen pflanzen in irgendwas komisches verändern können dann sollten wir uns überlegen einen zaun um unsere basis zu bauen sie jetzt momentan keins von den viechern hier rumkrauchen aber früher oder später kommen die dann brauchen wir das nächste ist die lagerräume müssen wir gucken dass sie die einigermaßen sichern und dann brauchen alle zimmer was ist das hier eigentlich für ein land red shallow water das ist wasser ok rotes wasser interessant nehme ich eigentlich auf ich sehe gar nichts ja ok also das ist was wir machen was wir versuchen werden und mal schauen ob heute auch wieder jemand verbrennt oder was hier los ist ok so strukturen gucken wir erstmal dass wir hier die roten wände dann müssen wir leider das feld kleiner machen weil hier über diesen strich hinaus dürfen wir nichts bauen wir könnten das gleich mit mit dem haupthaus hier unsere baracke abschließen wenn wir hier durch die ganzen bäume durchbauen dann holzen wir auch automatisch gleich baumaterial ab weil wir schläu sind ok da geht es wieder nicht weiter dann machen wir das so und hier ist auch noch so eine offene stelle das gefällt uns auch nicht wirklich machen wir das so dann bauen wir hier ein paar türchen hin da auch eine und hier unten eine und da auch aus diesem roten holz und dann bauen wir aus dem rosenquartz den wir hier aus den steinen geerntet haben die wände für die lagerräume und noch ein paar stützpfeiler dazu damit uns nicht alles wieder umfällt und hier die türen auch aus dem lustigen material das sieht einigermaßen aus oder hier dazwischen können reinbauen so das ist doch schon mal was was sie machen können jetzt the next full moon each moon on your colonies planet grumium has a moon cycle at the end of the cycle a beautiful full moon will be visible to your colony any werewolves with active transformations will be triggered at that time ich weiß gar nicht ob wir einen werwolf haben ich glaube nicht ok aber versuchen wir mal ob wir das hier hinkriegen und dann können wir hier auch gleich die bäume die sich in den räumen befinden abholzen und hier die bäume auch nicht was wir auf jeden fall auch machen sollten ist nicht heimat dach verbieten hier sonst baut er hier überall ein dach ran und die pflanzen wachsen nicht mehr das sollten wir verhindern sehr schön wenig nahrung jäger ohne fernkampfer feier ach je was ist das jetzt schon wieder ständig geht mein handy los so kleinen moment ich bin gleich wieder da eigentlich brauche ich das gar nicht sagen wenn ich auf die stopp taste drücke aber ich drücke hier auch mal auf die stopp taste damit wir nichts verpasst sind also die schlafen alle warum hat nun eigentlich so schlechte laune unansehnliche umgebung in der hitze geschlafen draußen geschlafen gestörter schlaf kolonist gestorben ja gut aber der kolonist war ein vampir möchte bei markus schlafen ohne tisch gegessen okay also wir brauchen doppelbett für die beiden wieder sonst bleibt es bei der schlechten laune hier bietet sich ja dann gleich neuer raum den man bauen kann geschenk von dulium muskete eine muskete cool wer ist denn unser jäger ohne fernkampfwaffe jefin jefin kriegt die muskete cool ich nehme noch einen jäger ohne fernkampfwaffe und zwar nussi ok was kommt alles gut zurecht hier finde ich gut oh nein jefin pionier has begun obsessively writing pages of strange symbols warum ist nussi warum ist nussi tätigkeitslos warte mal müssen wir noch ein bisschen was anpflanzen hier damit nussi was zu tun hat hier machen wir noch ein paar felder da machen wir noch was hin hier können wir auch noch was hinpflanzen hier machen wir die rosen quatsch erdbeeren ok und hier machen wir rauchblatt und hier machen wir löwenzahn hopfen heukeras kartoffelpflanze maispflanze reis haben wir noch keinen reis sehr gut und noch mehr heilwurzel ok so dann hat plötzlich auch nussi wieder was zu tun oder ja jäfim has no memory of the writing that is still slightly dampened from the sweat of their labors it's a ghastly book filled with strange alien language that is not readily understood the ominous looking diagrams of ritual sacrifices and spells within the tome has some colonists unnerved by its occult nature whereas others have proposed setting up a proper research center to further study the secrets had within also quasi jäfim hat sich hingesetzt und per automatischem schreiben das necronomicon geschrieben und einige leute sind davon entsetzt andere leute finden es gut und möchten gerne eine research bank aufstellen die eigens dann die okkulten wie sagt man eigenschaften des buches keine ahnung wie der satz weitergeht müsst ihr euch selber denken ich hab keine ahnung schreibt in die kommentare wie dieser satz weitergeht ok geht weiter so jetzt können wir irgendwo bei diverses forbidden knowledge center bauen und hier sarkofag das royal coffin das wäre eine idee doppel coffin das wäre eine idee gewesen jetzt für bench aber es kommt jetzt leider zu stil dass ich dass ich hier coffins bauen kann naja gucken wir erstmal dass das hier alles fertig wird um irgendwelche forschungssachen können wir uns dann später kümmern wir brauchen scheinbar mehr rotes holz zacko und hier auch rup 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 so cool so kritischer zusammenbruch von heiko ok was habe ich denn für ein problemchen es ist tag ah ich war ja so nacht typ ok so verrückter okula jelly Was ist schon wieder so ein Viech? Carsten, mach's tot. Was? Nicht weglaufen. Angreifen. Nicht daneben schießen. Treffen. Sag mal, Carsten, wo schießt du hin? Das ging schon mal besser. Was ist das? Was? Cool. Markus hat uns gerettet. Sehr gut. Heu ja, heu ja, heu ja. Ich muss die holen. Hm. Da haben wir schon zwei davon. Oh. Die haben alle auf Bereitschaft geschaltet. Aus Versehen. Muss sie auch? Nee, muss sie nicht. Cool. Ist fast fertig alles. Sehr schön. Was ist das hier? Red Goo. Cloning in 35 Prozent. Zehn Tage. Wozu sind die gut? This blob of blubbing organic matter seems to be an extension of the terrain itself. A disfigured excrescents given a semblance of life. The Red Goo seem to thrive in the strangely alien environment of the Ocular Forest, nibbling on the aberrant vegetation and periodically cloning themselves. Note. Due to gameplay constraints, Red Goo will only self-replicate until the map holds 15 creatures. Cause I don't want to fry your computers. Okay. Sehr nett. So. Dann müssen wir hier mal so ein Freizeitgedöns hinbauen. Irgendwas. Hä? Ach. Da sind die ganzen Alphabiom-Sachen. Okay. Ähm. Entspannung da. Und zwar aus Redwooden. Machen wir hier oben mal hin. Da können wir dann notfalls noch anbauen. Cool. Was ist denn los? Nice. Sehr schön. Hm. Könnten wir nicht hier Anoku-Pilze hinpflanzen? So. Ginge das nicht? Dann wäre der Raum beleuchtet, ohne dass wir dafür Storben brauchen. Ah. So. Okay. So. Okay. Okay. 喪le tener silos. Okay. 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 Eine Kochgelegenheit brauchen wir auch. Ne, keine Schmiede. Quarz haben wir noch, naja. Ne, keine Schmiede. 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 Und Eleganzburg lassen wir mal so. Meisterwerk. Nussi hat einen Stuhl aus Red Wooden meisterlich hergestellt. Eine Darstellung auf diesem Möbelstück handelt von einer Espe. Die sehr dynamische Struktur des Bildes scheint beinahe dessen verpixelten Stil zu widersprechen. Okay. Meisterwerk. So, wir haben noch genügend von den Steinen übrig, das heißt wir können noch ein paar Räume bauen. So, wir haben noch genügend von den Steinen übrig. Oh nein, ich habe einen Wutanfall. Oh nein, ich habe einen Wutanfall, er wird 25 Bier zerstören, dies geschah aufgrund von schlechter Laune, der Auslösungsfaktor war unterernährt. Luki, warum trinke ich nicht das Bier? Wächst das überhaupt hier? Achso, okay. Gut am Verkehrsszenen, grundunternährt. Oh oh. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir irgendwas ernten können hier auf dieser Karte. Ist ja vielleicht eine gute Idee. Oh scheiße, ist nichts zu ernten hier, oder? Okay. Jefim jetzt auch noch. Zurückgewiesen von Nuno ist deine Schwester, verdammte Axt. Okay. Oh. Bekannter. Die Familienverhältnisse sind hier nicht übernommen. Ha. Okay, Jefim haut alles kaputt und Nussi und ich laufen hinterher und reparieren es wieder. Ah siehste, Carsten läuft rum und erntet Tentakelfrucht und Blutbouquet, damit wir was zu essen haben. Aufgaben, einfache Mahlzeit, kochen für immer, cool. Alle nicht so besonders begeistert von den Verhältnissen hier. Aber die Zimmer sind so gut wie fertig, das ist auch schon mal was. Oh nein, nicht das Lagalfolk! Eine Ureinwohnergruppe der Fraktionen des Lagalfolk ist in der Nähe eingetroffen, sie greifen sofort an. Naja, Ureinwohnergruppe, das ist der eine Typ da. Wir haben natürlich kein Gefängnis, aber wir nehmen einfach mal alle mit, die eine Waffe tragen. Normale Kaninchen laufen ja auch noch rum. Okay. So, was machen wir denn jetzt? Wir haben hier Räume, wo noch keine Betten drin sind, die aber quasi als Gefängnis erstmal dienen könnten. Dann machen wir hier mal so einen Schlafplatz rein. So, und dann nehmen wir den gefangenen Typen. Das kann Manussi machen, als Rausschmeißer, als ehemaliger. Hat er da die besten Möglichkeiten. Sehr gut. Warum kein Dach? Warum ist hier kein Dach? Hier soll ein Dach sein. So, gucken wir mal der Raptor. Was ist das für einer? Kunst kann er gut. Soziale und geistige Arbeit kann er ein bisschen. Ansonsten kann er nichts. Ist hochsensibel. Sieht aber gut aus. War das eine Art Mutprobe, dass sie hier alleine angegriffen hat oder was? Wollen wir den haben? Mein Wegen. Oh nein! Blood Moon! One of the moons of this planet has orbited in front of the sun. Es ist der Blood Moon! So, Nuno, könntest du vielleicht mal den Typen... Ah ne, der ist schon verarztet? Ja, ist er. Okay. Ah! Aber dann würde ich mal sagen, das ist ein idealer Punkt, um schon wieder hier viel Wutanfall... Eieiei. Na gut. Ist der ideale Zeitpunkt, um hier einen Cut zu machen und dann morgen weiter zu machen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht hier. Okay. Dann gruselige Weihnachten oder was. Und drückt die Glocke und freut euch den Keks und schreibt einen Kommentar und liked dieses Video. Bis denn! Ciao! Ciao! 1 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020